hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play arc survival und ich würde sagen wir gehen mal ins haus er geht gar nicht auf die tür hallo ich habe gar nichts bestellt aus meiner hütte okay hallo leute ich bin arg level upgrade toll als vier neue spitzhacke bauken ja warte ich habe es kaputt ziehen in der garm punkte verwenden mir ist kalt holzfundament schräge strohdach oh ich brenne scheiße ich kann holz wenn der lernen alter ja mach das mal mit einer fetten riesen hand aus wie john cena von der seite ich kann doch schon stoffen am ende bauen gut und dann habe ich noch vier weitere punkte auf die spaß ich mir erst mal auf ich kann ein sattel machen wenn ich noch zwei an der gram punkte habe einen sattel ja ich nehme an wir können damit reiten was willst du haben eine spitzhacke dann organisieren wir noch mal ein stroh ja warte wo finde ich das noch mal auf dem boden ne du musst gegen bäume hauen ach so ich habe eine axt ne also ich mach dir schon fertig ach so nice danke ich habe mir keinen teil gestellt geil geht ohne wir brauchen noch was zu essen ja wir hatten was im ofen das habe ich aber schon gegessen ach so mich lässt wir verhungern warte ist ja ein toller freund ich gehe zu daniel hier in deiner spitzhacke der versteht mich wenigstens die liegt hier mal in deiner spitzhacke nimm dir die erstmal ich jetzt nicht mehr mit dir ist so ein dreck wenn sie nicht nimmst löst sie sich auf ne nimm die jetzt man sonst muss ich jetzt mal wieder einsammeln ich habe bessere freunde gefunden gut dass alle schildkröten daniel heißen lass uns mal gucken was kommt da ist das ein nasenbär warte mal was willst du denn was willst du denn ne es ist doch kein nasenbär wollen wir unsere haut schon mal aus holz bauen wenn du das kannst müsste eigentlich machbar sein ja gut willst du jetzt eine axt haben oder nicht ich habe noch eine axt ich brauche eine spitzhacke meine ich ja ja danke du brauchst holz oder ja ich brauche alles also mach erstmal alles fertig wenn du willst am besten und essen brauchen wir das ist wichtig ja ich kann ja nur eins machen ich wollte erstmal holz ich gucke mal kurz was ein holzfundament alles benötigt äh da oben 80 holz 20 stroh und 15 fasern gut dann sammle ich erstmal ein bisschen fasern ja aber 80 holz habe ich gleich okay wir brauchen dann relativ viel holz weil wir ja nämlich ein großes haus bauen wollen oder ja weil heute ist auf jeden fall sicherer ja guck mal was du alles machen kannst vielleicht kannst du irgendwas brauchbares warte mal mit e ne mit i ne ja mit i ah ja so erstmal in in Gesundheit Ratio farm so wollen wir unser haus denn hier hin bauen oder woanders wir lassen es einfach ja ich hab zehn punkte also einfach aufbessern meinst du ja okay was kannst du bauen alles kannst du irgendwas fürs haus bauen oder so ein sattel das wäre geil ne ich kann einen pinsel bauen welches level bin ich und ne kiste eigentlich müsstest du auch einen sattel bauen können weiter unten und ne kiste haben wir doch schon oder haben wir also ich kann auf jeden fall kisten bauen wenn du mir 20 stroh gibst ne ich lerne erstmal lieber nichts ja okay nachher lächtern irgendwie das falsch und dann stehen wir hier ja wenn du die endergramm punkte sparst dann kannst du nachher vielleicht ein bisschen mehr lernen ja ja ich würde auf jeden fall gerne einen sattel mit kraft gut soll ich ne kiste mal bauen dass wir unsere sachen da rein packen können äh ja kannst du machen aber stell die ins haus rein ja klar nicht dass wir nachher dann irgendwie immer draußen werden müssen okay okay die sind hier glaube ich 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 die wollen mein geld haben jungs wir können das auch so klären doch ich hab gekackt ich muss erstmal alles hier klauen gut dass sie so schnell sind kai ja ich war überladen man ich konnte nicht laufen so diese die ziehen wieder ab und nicht durchs haus rennen ich hab ne kiste im inventar das ist frisch gestrichen toll kiste wo bist du eigentlich ach da hinten wieder ja ich hab ich hab grad okay ist unser haus jetzt geht er kaputt ja der ist da im kopf durchgelaufen der spacko oh nein jetzt kommen sie wieder ach sind die immer noch pissig weiß ich nicht warte warte ich mach erstmal hier ähm ah das ist ja noch heile oh es wird dunkel warte soll ich die kiste hier ins haus stellen ja sicher wo sonst ihr guckt erstmal an was ist denn das ach Junge muss doch nicht sein lass den einfach töten warte ich mach grad mal ein paar Sachen ins Inventar hier was ist das denn hier ich hab sieben Tierhaut wollen wir den mal töten wen na den hier ja mach mal ich guck dir dabei zu sehr gut ja vielleicht würdest du mir mal helfen alter ja du machst das schon sieht gut aus ich hab nicht mehr viel Gesundheit oh von hinten kommt noch einer vorsicht ja man kannst du es tiefer helfen alter nein ich hab ja nicht mehr so ne Rüstung man ja ich auch nicht oh da bist du ja wieder ja ja jetzt sagen wir das nie einfach in Ruhe ja gut die machen ja nichts ne außer irgendwie durch die Gegend laufen und nerven wenn die jetzt das Wasser rein dann schwimmen die weg nach Narnia oder so so ich hab noch ähm einen Schnitzel was man noch brennen kann oh hier ist ein Ei ja das das glaub ich von dem tut ja wir brauchen noch Holz sagst du ja wir brauchen noch mehr also dann kann ich nämlich schon mal jetzt ein Inversion so ein Holzfundament craften alles klar ja hast du da okay wir brauchen noch mehr Stroh ja pack das einfach in die Kiste rein lass uns in die Kiste hier bei mir nur Holzsteine und also Holzsteine Stroh und Fasern also alles was man zum bauen braucht okay oh ich verhunger weißt du was zu essen? irgendwas? im Ofen müsste ein Fleisch drin sein oder schaff ich glaub ich nicht mehr bin überladen und hab Hunger schmeiß einfach die Sachen auf den Boden ich sammle die ein ach so das ist ja toll ah ich hab noch irgendwelche Beeren oh ha es geht wieder du warst grad grün oh meine Spitze ist reprägiert worden vor allem hier? habt ihr heile gemacht okay oh ich verhunger wieder das ist echt ziemlich stark Beeren essen ja zum Feuer wir brauchen ganz viel Stroh ich weiß nicht wie man am besten Stroh ernten kann mit der Hand oder nicht mit der Hand gegen Bäume hauen? klar oder mit der Spitzhacke irgendwo gegenhauen klappt immer mit der Spitzhacke gegen Bäume hauen bringt das am meisten da kriegt man dann richtig viel Stroh oder weniger da mach mal und da hat kein Holz ich Pincode festlegen? öffnen erstmal hier ein paar Sachen reinhauen Feuerstein Stroh 99 Holz Ei äh vergammelte Beeren warum packst du da alles rein? ja warum denn ich das muss weg jetzt kann ich wieder laufen gut gut dann mach ich erstmal kurz ähm hier unsere Mann was? jetzt fehlen mir die Fasern ich hol erstmal Essen so jetzt aber Fundament ich glaub wir brauchen bald mal ein Schild so 3 Rohes Fleisch boah schnell zum Ofen ich verdurste glaub ich oh shit ich geh einfach ins Wasser ja ich lauf grad hin ich brauch nur noch eine Faser und jetzt? was muss ich drücken? einfach ins Wasser gehen und dann trinkt der automatisch oh ja richtig schlau nice unsere erste gemeinsame Wohnung und ein Wohnungsupgrade lass uns noch mehr suchen dass wir das schon mal fertig machen können ey warum haben wir so ein geiles Ei? tja warum haben wir so ein geiles Ei? das kann ich bestimmt kochen versuch mal oh ich hab grad auf deine Leiche geschlagen und 3 Rohes Fleisch bekommen ja? ja hey geil dann schmeißt du doch gleich in den Ofen rein kann man gut farmen eigentlich ne? ja ja stimmt wir können uns generell nicht töten machen wir aber nicht ja ok ähm jetzt müssen wir gucken ich glaub ich guck erstmal dass wir eine zweite Kiste bauen können mach das 3 Stroh und ein paar Fasern was machst du in der Zeit? Essen holen dann zu hungern war stimmt essen ist ganz gut aber hier ist nichts mehr zumindest nichts was ich angreifen möchte wir müssen halt so ne Schildkröte töten da kommt echt viel raus glaub mir ja aber dann bekommen wir uns ein Schild auf dem Sack wir müssen einfach ne Sperr craften kannst du Enagram Punkte in deinen Sperr reinhauen? warte achso achso dann wollen wir lieber unser Haus ja oben hin bauen in das in das Gras weil ich weiß nicht ob das so geil ist wenn wir da unten am Strand wohnen ja am Strand ist nice ok also ich will nichts gegen den Strand ok ich glaub nicht jetzt mit so einer Schildkröte auf gehts warte ich kann dir doch helfen Mann nein musst du nicht ich bin nämlich viel zu schnell für die und ich hab nebenbei gekackt gut multitasking ich brauch erstmal einen Feuerstein ich glaub dieses Viech macht mich oh man hast du einen langen Hals ok wo bist du gerade gestorben? weiter hinten warum hat das Ding so einen langen Hals? oh ich bin bei dir hallo? nein ich wurde gerade zu dick gespawnt oh warum das denn? ja weiß ich nicht jetzt weiß ich auch nicht wo unser ja das ist doch dumm ich hab ja gesagt am zufälligen Ort ja ich spawn also du spawnst ja der Artmin das heißt wir müssen jetzt über die Insel laufen nee warte mal wir müssen nach links oder? ich glaub wir müssen nach links ja ich weiß oder wollen wir zu diesem grünen Teil da in der Mitte gehen? was so groß ist? wir müssen in die Mitte auf jeden Fall weil wieso? da sind halt diese ganzen T-Rex und so ne? achso wir können ja auf dem Weg ein bisschen was einsammeln Materialien ja so ein paar Dodos kloppen hier ach Kacke man das Ding hat gerade echt vor meinen Füßen einen Haufen gesetzt so kaputthauen hier wird nicht gekackt muss es halt so lange schlagen bis Essen rauskommt oh da ist ein Hai hallo hi 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 hier sieht mich gar nicht oh da sind zwei hm ach du bist schon weiter gelaufen ja ich will zurück zu unserem Haus sag das doch ich würde sagen das ganze machen wir erstmal offscreen dass ihr nicht zu lange hier am warten bleibt weil die Folge ist auch schon wieder rum und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal ciao Leute ciao